Jo, hallo Leute, ich bin's wieder der Max und in dem Video geht es einmal um das Gaspedal. Im letzten Video ging es ja um die Bremse und da habe ich gesehen beim Zusammenschneiden, dass ich ein paar Sachen nicht gefilmt habe, die werde ich jetzt nachtragen. Das heißt, jetzt im ersten Teil geht es nochmal kurz um die Bremse, ich bezehre um den Bremssattel und dann kommt das Gaspedal. Für den Bremssattel habe ich aus einer 5 mm Stahlblatte einen Halter gebaut. Der Halter ist fest verschweißt mit dem Rahmen und der Bremssattel wird mit den Originalschrauben oder mit passenden Schrauben auf den Halter geschraubt. Ihr könnt es uns hier nochmal von näherem anschauen, wie das festgeschweißt ist. Wichtig ist, die Entlüftungsschraube nach oben zu machen, dass man gut entlüften kann, also an der höchsten Stelle sozusagen. Beim Bremssattel müsst ihr euch noch überlegen, wie ihr ihn am besten positioniert. Vor allem, wenn ihr die Bremsscheibe mit einem eigenen Ababdach drauf geschweißt habt, dann ist die Bremsscheibe ja nicht zu 100% genau senkrecht auf der Welle. Das heißt, sie hat ganz leichtes Spiel nach rechts und links. Ich habe das so gelöst, der Bremssattel ist auf diese 5 mm Stahlplatte geschraubt und diese Stahlplatte, wie man sieht, kann sich ungefähr 1 mm nach rechts und nach links biegen. Jedoch nicht in diese Richtung. Das ist natürlich wichtig, weil beim Bremsen soll der Bremssattel nicht nachgeben können. Dann kann man hier nochmal genau schauen, wie ich es gemacht habe. Die Adapterplatte ist sozusagen genau so senkrecht dann auf den Rahmen geschweißt und hier nochmal mit einer kleinen Verstärkung. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um den Gasherm. Dazu muss man zuerst mal hier oben das abschrauben und da dann, hier wird dann der Gaszug durchgefädelt. So, wir haben einmal das, die Feder und hier unten drin den Schieber. So, hier nehmen wir jetzt unseren Gaszug und fädeln den, so, bei dem Loch hier ein. Das heißt, die Schnur kommt hier rein. Also, bevor man das macht, wäre natürlich noch schlau, wenn man einmal die Feder nochmal hier drüber tut. Wo ist da noch? Da haben die Feder hier so drüber. und dann das hier schon mal rein, so. Und jetzt kommt das wieder genau hier so rein, wie davor. Das andere Ende der Schnur nehmen wir und fädeln es hier durch diesen Hahn. So, wenn das gemacht ist, nochmal schauen, ob hier der, die Schnur richtig drin ist, der Seilzug. Und dann können wir alles zusammenbauen. So, jetzt nehmen wir das Ende der Schnur und fädeln es hier in diese Seilzughülle ein. Dazu kann man hier oben nochmal eine Metallkappe drauf machen. Je nachdem, ob man das benötigt oder nicht. Ich mache jetzt einfach mal eine drauf. So, jetzt fangen wir mal mit dem Gaspedal an. Machen wir als erstes hier die Leitung. Das sind Leitungen für den Gaszug, die innen Teflon beschichtet sind, dass ihr einen sehr geringen Widerstand habt zwischen dem Kabel, was innen läuft und halt hier der äußeren Hülse oder dem äußeren Schlauch. Hier hinten, das habe ich in dem letzten Video oder in den davor schon mal gezeigt, wie man den Gaszug dann hier am Vergaser festmacht. Also hier an dem Schieber, der dann regelt, wie viel Luft reinkommt. Dann schauen wir uns mal weiter hier vorne das wirkliche Gaspedal an. Hier habe ich so ähnlich wie im letzten Video der Halter für die Bremse. Einfach ein Vierkantrohr genommen und hier ein rundes Zang geschweißt. Und das ist hier unten mit einer Schraube am Chassis befestigt, sodass man es nur in diese Richtung drücken kann und es hier sehr wenig Spiel hat. Das ist wichtig, weil wenn man hier außen macht, ist ja schon Kraft sozusagen drauf. Dann hier eine Feder, die das Gaspedal wieder zurückholt. Das könnt ihr theoretisch auch weglassen, wenn die Feder im Vergaser sehr kräftig ist, sodass hier der Gaszug das Pedal an sich schon zurückdrücken kann. Ich habe es nochmal gemacht, weil ich finde, das Gaspedalgefühl ist besser, wenn man kräftiger drücken muss. Was es dann hier noch zu sagen gibt, ist, dass hier zwei Schrauben sind. Die sind zum Einstellen da, wie weit man das Gaspedal drücken kann. Einmal in die Richtung und wie weit das Gaspedal wieder zurückkommt. Das kann man machen, dann kann man das besser an seinen Fuß anpassen und an die Sitzposition. Des Weiteren sind hier noch Löcher drin, die sind dafür da, dass ihr sozusagen den Gaszug weiter oben oder weiter unten durchfädeln könnt und dadurch braucht ihr dann mehr oder weniger Pedalweg für die gleiche Leistung sozusagen am Motor. Also für der Schieber geht dann gleich weit. Genau, so viel zum Gaspedal. Was man hier zu dem Stopper vom Gaszug noch sagen kann, ist, ihr müsst beachten, dass der Stahldraht hier, der Zug, nicht irgendwie da dran schleift, jedes Mal, wenn ihr das Gaspedal drückt. Das habe ich so gelöst, dass ich hier vorne eine Mutter drauf geschraubt habe, die einfach nur dafür da ist, das hier zu stoppen. Und auf der anderen Seite habe ich ein 8mm Loch gebohrt, so dass das Kabel komplett frei läuft. Also das Stahlkabel hier berührt überhaupt nicht den Halter. Das kommt direkt hier raus. Das wird von der Mutter gestoppt und dann ist das Kabel komplett frei, dadurch, dass das Loch so groß ist. Das ist wichtig, weil wenn ihr das Gaspedal runter drückt, geht das Kabel ja nach unten. Das heißt, das Kabel bewegt, der Winkel neigt sich und senkt sich. Das heißt, das reicht nicht, wenn man da einfach ein 2mm Loch bohrt, da sonst das Stahlkabel daran schleift. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Dann beantworte ich euch die, aber ich sage mal so, Gaspedal gibt es eigentlich nicht mehr zuzusagen. Muss jeder schauen, wie es am besten für seinen Kart ist, also wo man sitzt, wie weit das Pedal dann nach innen oder nach außen kommt oder die Höhe und genau. Fehler fand ich sehr gut, dass man schon ziemlich einen Druck, sage ich mal, aufwenden muss und das Gaspedal nicht einfach so leicht nach vorne, nach hinten flappt.